Corona kurz erklärt. Heute Folge 7, wieder aus dem Homeoffice. Ich grüße Sie. Vor dem Hintergrund der jüngsten Proteste und Kritik an den Virusschutzmaßnahmen bis hin zur Leugnung der Existenz einer Coronavirus-Pandemie überhaupt, sind weitere neue Erkenntnisse über das neue Coronavirus umso wichtiger, dass es sich eben nicht um eine Infektion handelt, die harmloser als eine Grippeerkrankung ist, was uns so mancher Verschwörungstheoretiker oder vermeintlicher Hobby-Virologe glaubhaft machen will, zeigt eine aktuelle wissenschaftliche Publikation aus dem UKE, also dem Hamburger Universitätsklinikum. Bisher ist man bei der Covid-19-Erkrankung vor allem von einem Virusbefall der Atemwege ausgegangen. Welche neuen Erkenntnisse bringt uns nun die aktuelle Publikation aus Hamburg? Frage ich Sascha Brinkmann, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Hannover. Hallo Sascha. Hallo Gunther, ich grüße Dich. Ja, ich denke eine wichtige Erkenntnis, die wir aus dieser neuen Arbeit ziehen, ist, dass das SARS-CoV-2-Virus eben kein reines Atemwegs-Virus ist, sondern eher als ein Multiorgan-Virus bezeichnet werden sollte. Denn was gesehen wurde in dieser Arbeit ist, dass es einen vielfältigen Befall unterschiedlichster Organe des Körpers gibt und dass hier auch speziell, was die Niere angeht, ganz spezielle Befallsmuster festgestellt wurden und dass auch die Niere ein Organ ist, was mit am häufigsten neben den Atemwegen von dem neuartigen Coronavirus befallen und in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir sehen ein sehr typisches Befallsmuster für SARS-CoV-2, nämlich einen Befall der sogenannten Gefäßknäule, der Glomeruli, in der Niere. Und das ist etwas, was sich auch mit bereits bekannten Untersuchungen deckt, dass dieses Virus besonders gerne Blutgefäßstrukturen befällt. Warum auch Patienten beispielsweise mit vorbestehendem Bluthochdruck oder auch vorbestehendem Diabetes offensichtlich eine ganz besondere Risikogruppe darstellt. Steckt in dem massiven Angriff des Virus auf die Niere und die damit verbundenen Veränderungen im Urin vielleicht sogar eine Chance, diesen Aspekt diagnostisch zu nutzen? Die gibt es in der Tat. Es gibt aus der Arbeitsgruppe der Nephrologie und Rheumatologie in Göttingen einen Algorithmus, der unter anderem auf Basis dieser Erkenntnisse entwickelt wurde. Und zwar wurde hier gezeigt, dass ein frühzeitiger, sehr kostengünstiger und breit verfügbarer Urintest, nämlich der einfache Urinstickstest, bei Patienten, die einen Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung oder auch eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion haben, ein frühzeitiger Marker für einen schweren Verlauf sein kann. Und zwar zeigt sich bei Patienten, die für einen schweren Verlauf gefährdet sind, sehr früh, dass sie weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und auch das häufigste Eiweiß in unserem Blut, das Albumin, verstärkt im Urinausschein. So hätte man also eine Art Frühwarnsystem in Form eines Screenings für Risikopatienten. Wir wissen jetzt, dass das Alter alleine definitiv nicht für eine Risikogruppe prädestinieren kann. Es gibt sehr gesunde Menschen über 65 und es gibt Menschen, die Mitte 50 sind und beispielsweise an der Kombination Bluthochdruck und Diabetes leiden. Und diese Menschen haben eben sehr häufig auch schon angegriffene Nieren und sind viel stärker gefährdet als beispielsweise eben ein sonst vollkommen gesunder 65-Jähriger. Also das Eingrenzen der Risikogruppe in der Allgemeinbevölkerung wird immer deutlicher und schärfer und eben auch bei infizierten Patienten ein frühzeitiger Marker zur Erkennung eines schweren Verlaufs. Und das sind wirklich sehr, sehr gute und auch in der Praxis sehr relevante Erkenntnisse. Und wieder sind wir einen kleinen Schritt weiter im Wissen um dieses Virus. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Das SARS-CoV-2, also das aktuelle Coronavirus, ist ein gefährliches Virus, das nicht von allein so bald verschwinden wird. Schon gar nicht, wenn man an dessen Existenz zweifelt oder es kleinredet. Wir werden lernen müssen, mit diesem Virus wahrscheinlich noch längere Zeit zu leben. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund.